Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der CaptainShift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Aufnahme von Scribblenaut Unlimited. Und zwar sind wir jetzt wieder zurück. Seit einer ganzen Weile mal wieder. Und ja, ich hatte, wie gesagt, das gleiche Thema wie immer. Wenig Zeit zum Aufnehmen, aber ihr werdet mir es sicher wieder verzeihen können. Also, wir haben auch ungefragt hier ins nächste Level. Und zwar die Anfahrfälle. Dann schauen wir doch mal. Okay, wir kommen in den Anfahrfelden. Oder Fälle. Okay, da brennt ein Boot. Da ist ein Ureinwohner. Und der möchte... Entschuldigung, ich muss ein bisschen husten. Ein bisschen einen kleinen Frosch im Hals heute. So, was hast du denn, mein Freund? Ich bin übrigens immer noch der fliegende Holländer. Juhu. Was kann ich für dich tun? Ich kann die Sonne am Fluss nicht spüren. Erschaffe etwas, um mich... Was? Das mich braun macht? Okay. Braune Farbe vielleicht. Braune Farbe. Färberzubehör, Scheinerzubehör, Malerzubehör. Hier. Nee. Gib das her. So. Äh, Sonne? Vielleicht einfach eine Sonne. Hier. Oh, Vitamin D, bitte. Jetzt ist er weg. Okay, das war nicht so gut. Das war nicht so prickelnd. Oh, sie hält. Richtig damit. Wie sieht sie aus? Weg. Hat's geklappt? Weil ich das Ding jetzt gekriegt? Schauen wir mal. Ja. Alles klar. So. Liebe Gorilla-Leute. Was kann ich für euch tun? Wir lassen nur Gorillas in unserer Truppe. Und du bist kein Gorilla. Ja, noch nicht. Na da. Wie sieht's damit aus? Ja. Gorilla. Gorilla-Kostüm. Perfekt. Weg damit. Weg damit. Ich brauche es nicht. Hilf mir, malen zu üben. Pinsel. Ja, ein Pinsel. Malgerät. Wunderschön. Der neue Künstler. Lefant. Lefant. So. Noch kurz im Stuhl noch ein bisschen ranrücken. Weil ich hier nicht ganz so quietsche. Was haben wir denn? Drei von... Oh, guck mal. Eines kann ich schon mal nicht mehr machen. Dann muss ich schon mal wieder eins zurücksetzen. Irgendwas funktioniert schon wieder nicht. Nee, da geht's bestimmt zu dem Tierpark, wo ich ja letztes Mal schon... Okay, was geht hier ab? Hilf mir, damit ich wieder segeln kann. Sollte ich vielleicht erst mal löschen, oder? Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Hier. Bitte schön. Ähm. Na komm, schau'n. Okay, das funktioniert nicht. Ähm. Ein Kran. Wie geht's da? Aufsteigen. Aber hier, du kannst doch... Äh. Nein, ach. Was ist denn los hier? Geh da drauf jetzt. Okay. Komm schon. Nimm es. Ja, los. Es geht nicht. Es geht nicht. Nein, ich stürze ab. Steigen. Okay, das hat nicht funktioniert. Das ist gar kein Problem. Das ist gar kein Problem. Wir kriegen das schon hin. Ähm. Ich kriege so ein Segel. Windsegel. Hier. Nimm es doch. Hm. Hilf mir, damit ich wieder segeln kann. Hm. Ah. Pass auf. Pass auf. Das ist gar kein Problem. Genau, fliegend machen wir das Ding nicht. Nein. Das ist bloß los. Ich lobe es nicht. Ich komme hier nicht weg. Pass auf, was ist mit meinen Flügeln? Ja. Komm, schau. Mann, das geht alles nicht. Was ist hier los? Bitte versöhne mich wieder mit meiner Liebsten. Mit meiner Liebe. Hä? Wie versöhnen? Blume. Blume. Ja. Achso. Achso. Wie ist... Ähm. Mit viel... Viel... ... ... ... ... ... Bitteschön. Kein Problem, kein Problem. Habe ich gern gemacht. So, was ist jetzt mit... Was ist jetzt mit dir? Wie kriege ich den jetzt weg? Hm, starker Mann. Hier. Nein. Nein. Ah, jetzt geht halt da nicht hin. Geht damit... Willst du das wegschieben? Nein. Okay, weg mit dem. Leicht... Äh... Fliegendes Boot. Fliegende Boot. Das fliegende Boot. Leicht leer. Hm, ledig. Nein. Ich weiß nicht so richtig, was ich... ...da machen kann bei dem Boot. Das ist mit ein bisschen Suspekt. Wie wär's... Wie wär's... Wie wär's... Hm. Das ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich... Oh Gott. Ach, der Stein. Guck an, den Stein. Den kann ich auch wegmachen. Wie sieht der Fels... Ah. Alles klar. Nein. Zurück. Ja. Ach, Mensch. Komm her. Hier. Pressluft. Hammer. Genau. Wenn das passt... Oh, das darf ich nicht so lange. Tada. Und tschüss. Was ist mit dir? Wo willst du hin? Was haben wir noch hier? 5 von 10 haben wir erst. Da ist noch mit. Hm. Könnte nicht so schwer sein. Läuft. Aua. Hört mir Ruhe. Was bist du? Was bist du überhaupt? Tölpel. Was ist dein Problem? Mein Junge. So. Hier noch fach. Ich hab ein 6 von 4. 4 von 6. Also muss doch... Muss doch noch was gehen. Habe ich doch. Okay. Dann holen wir dir ein Radio. Nein. Hat schon ein Radio. So. So, bitteschön. Oh Gott. Was liegt ja... Regentanz. Na, läuft. Hilf mir, ein Bild von diesen Einwohnern zu machen. Ein Foto... ...ab... ...perat. So oder so. Irgendwie so in die Richtung hier. Bitteschön. Aua. Fotoscheu Schamane. Alles klar. So, zwei haben wir noch. Zwei fehlen uns noch. Könnten überall sein. Verdammt. Die können überall sein. Das ist nicht gut. Da ist noch was. Was ist mit dir? Aua. Aua. Ich muss zu essen. Naja, Salat. Weil Vegetarier essen nämlich... Genau. Eissalat. Vegetarier essen nämlich gern Salat. Wie wir alle wissen. Das ist ja 34. Sarweiser haben wir schon. Okay. Jetzt muss ich, glaube ich, zurücksetzen. Äh. Genau. So. Bei dem fehlt mir nämlich nur einer. Wo sind wir denn Flügel? Ja, damit... Äh. Neu. So, wo ist das letzte? Neun von zehn. Neun von zehn. Was spricht... Der war aber schon weg, als ich hinten irgendwas mit den Gewollas gemacht habe. Sprich, er muss hier irgendwo... Da, der Frosch. Was? Was ist das hier? Ein Holz oder was? Baumstamm. Ne, wir machen auch einen Baumstamm. Hier. Ja. Poing, poing. Weg ist er. Alles klar. Frogger. Verwand deinen... Äh. Verwand deinen Geschäftsmann in einen Angler. Ein Geschäftsmann das Angeln beibringen. Ja, das sollte ja funktionieren. Guck mal, da ist schon mal ein Fisch. Was machst du denn an? Kleine entsprechend. Ähm. Äh. Eine Anglerhose? Irgendwie so. Angelhose? Genau. Aha. Perfekt. Nächstes muss er... Muss er Fische fangen. Gib mir etwas, um an Land zu ziehen. Eine Angel, der ist ja ganz ehrlich. Das kann er nicht so fischen. Ja, Angel fischen. Hier. Bitteschön. Okay. Soweit, so gut. Jetzt hier haben wir es im Wasser, was sie wollen. Ein... Warum? Rauchgeschlange. Ah. Bitteschön. Zack. So schnell geht's. Der Erste ist schon da. Uh, der ist groß. Mitzufangen. Er hat einen... Er hat einen bunteren Geschmack. Achso, achso. Ah, okay. Bunte... Raupe. Marder, Schmetterling, Insektieren. Ja, ne. Ah. Bitteschön. Äh, läuft. Ja, läuft. Hä, Leute. Hier, so geht's ab. Zack. Und jetzt? Uh. Hallo. Schokoladenhai fangen. Die Kühlenhaisen. Schokolade oder was? Ups. Nee, so. Ja, wir wissen ja alle, Schokoladenhaie essen gerne Schokolade. Bitteschön. Quatsch. Komm. Ja, guck an. Da hast du es geschafft, mein Freund. Yeah, Star-Wide. 35. Liebe Leute, 35 Star-Wide haben wir schon. Das ist doch super. Läuf. Das läuft spitzenmäßig für uns. So, da ist die 35. Dann haben wir jetzt noch hier einen. Da oben. Genau, das ist das Äffchen. Genau. Komm näher, um mich zu... Erschaffe dem menschlichen Freund eines jeden Affen. Für Martenkumpel.